So Leute, jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir hier eine ein bisschen größere Schlange drin. Die Panna hat geschrien. Die ist jetzt hier im Spieltunnel von den Katzen. Gib mir. Wenn wir ein Megis Huber dann hier vier. Gib mir. Das ist ein Kubra. Nein. Ja. Hier. Da. Das ist eine junge Kobra. Ich hoffe, sie geht hier in, dann können wir ihn close. Look. Ja. Ja. Auf die Lähtung, ne? Ja. Bringt Tumen. Tumen. So, eingesperrt. Jetzt können wir die Schlangenrettung rufen.